Uff, uff, uff. Uff, uff, uff. So, aber jetzt kann ich erst mal eintragen, wo war der Zettel mit meiner Notiz? Äh, 20 Uhr. Wo war ich denn am LSC? Ja, komm, anderthalb Stunden waren das heute. Tü, 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 tü. Heute ist der, äh, ich geh erst mal rein. Äh, aus. Zack. So, also. 25. Äh, was hatte ich jetzt gesagt? Anderthalb Stunden, ne? Oh, fünf Stunden. Tü, tü, tü. Dankeschön, Luti. Boah, ich werd immer noch nicht fertig damit, dass ich ne richtig gute Strafverteidigung gemacht habe. Werd' ich immer noch nicht fertig mit. Werd' mal. Ich wollt mal eine Sache ganz kurz gucken. Tü, 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 tü. Holy shit. Wie kommt denn das ganze Geld her? Interessant, interessant. So. 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 Ich glaube, ich fahre mal eben zum Diner. Ich glaube, ich fahre mal eben zum Diner. Ich habe immer noch so viele Milchshakes, das ist ja unfassbar. So. So. Chef ist auch nicht da. Ah, Mist, ich habe vergessen, ihn wegen der Fragen. Ja, ja, das habe ich vergessen. So. Mhm. Mhm. Ah, das passt auch nicht. Warte. Kann ich da rückwärts hoch? Ja. Wie kommt der hier? Ja. Ja. Auf. Ich bin einer. Ah, ich bin einer. Ah, ich bin einer. Ach, ich bin einer. Das ist kack-auto. Scheiße. Das Auto ist einfach zu tief, ich komm nicht mal rückwärts da hoch, das gibt's doch gar nicht. Ich kann auch noch mal rückwärts. Keiner da. Ach. Hallo. Habt ihr schon Feierabend gemacht? Ja, aber wenn du noch was willst, kannst du noch was bekommen. Oh. Boah, das wäre super, ich hätte gern zwei Spare-Rips-Menüs. Zwei Shakes? Ne, zwei Shakes habe ich nicht. Die brauche ich heute nicht mehr. Okay, bekommst du. Dankeschön. Komm mit rein ins Warme. Dankeschön. Danke. Oh Mann. Es ist glatt, du musst vorsichtig sein. Ja, ich bin über diese Dinger da gestolpert. Ja, die sieht man aber auch nicht bei dem Schnee. Ja. Ah. Was ein Tag. Ja, Donnerstag. Ja, irgendwie fühlt es sich eher an wie ein Montag. Ja. Das auf jeden Fall. Hm. Derips und deine... Etwas zum Aufwärmen. Oh, dankeschön. Achso. Aber ich habe heute eine Kuh gestreichelt. Das war sehr schön. Und ein Schwein. Und ein Huhn. Kann man machen. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Danach hat man bessere Laune. Glaub ich. So. Und bitteschön. Super. Ich danke dir. Ich habe zu danken. Einmal so. Und nochmal als Dankeschön. Schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Danke. Und dir noch einen schönen Tag und später eine gute Nacht. Ja, dankeschön. Tschüss. 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 Manchmal ist es doch ganz cool, wenn die Leute Gabi eigentlich mögen. Einfach mal so. Einfach mal so. So. Äh. Hergelaufen? Äh. Was? Ne, ich habe vorne geparkt. Aber mein Auto ist so tief, ich darf schon wieder zum LSC. Ich komme hier einfach nicht hoch. Was? Nicht mal rückwärts. Was? Ja. Das ist schon wieder... Ich habe es gerade vom LSC abgeholt, weil ich mir vorhin am Bordstein vorne was kaputt gemacht habe. Und jetzt ist es hinten kaputt. Das ist halt unfassbar tief. Ich weiß auch nicht. Es ist zu hoch. Sagst du, du kommst hier nicht rein? Nein. Es ist zu hoch. Aber wie steht dann das Auto da? Ja, deswegen muss ich nochmal zum LSC. Jetzt ist es nämlich hinten kaputt, weil ich versucht habe dann rückwärts hier hoch zu fahren. Nicht gut. Kleiner Tipp. Ja. Wenn du das Auto hast, fährt man nicht gerade hoch, sondern seitwärts langsam hoch. Seitwärts? Ja, dass die eine Seite hoch geht. Ah, okay. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ist auf jeden Fall günstiger dann am Ende. Definitiv. Und es passiert nicht so viel. Wenn du hier so ankommst, fährst du hier langsam hier. Bist du drauf. Ja. Anderen Reifen drauf. Und dann bist du oben. Ei. Ja, das äh... Und dann weiter ausholen. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, mit dem GapGap-Mobil war das nie das Problem. Gleiche gilt jetzt halt auch beim Runterfahren. Ja, erst der eine Reifen, dann der andere Reifen und dann einmal rum. Genau. Ah, dankeschön. Nix zu danken. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Wenn ich vielleicht mal überlege, die Karre ein, zwei Zentimeter höher zu schrauben. Mhm. Ja. Muss ich mal... Muss ich mal gucken. Eigentlich finde ich den ja so ganz schick. Ja, schick ist er definitiv, aber glaub mir... Es darf halt kein Kieselstein auf der Straße liegen. Dein Geldbeutel sagt irgendwann... Äh, äh. Mach ich nicht mehr mit. Nicht nur der Geldbeutel. Hm. Ja. Ach, ja. Ey, supi. Alles gut. Jo. Dann, äh, nochmal schönen Feierabend. Äh, und danke für die Spare-Rigs. Meine Ursache. Ich bedanke. Bis dann. Tschönen. Hm. Vielleicht fahr einfach das nächste Mal die andere... äh, andere Geschichte da lang. So, warte mal. So, warte mal. screams. Mit Ihren mencionst. Unional.